Willkommen im Stranzbar in Dahme. In unserem Hause können Sie über Kuranwendungen, über Fitness, Wellness-Anwendungen, alles was irgendwie mit Erholung zu tun hat, genießen und Ihren Urlaub unvergesslich machen. Sie haben bei uns die Möglichkeit, sich mit heißen Steinen verwöhnen zu lassen, eine Tiefenentspannung durch diese Steine auf sich wirken zu lassen, das Ganze dann zu toppen mit einem Besuch in der Salzgrotte. Die Salzgrotte ist aus über 20 Tonnen Salz entstanden, hat eine ionisierte Luft, Sie haben die Möglichkeit für Ihr Immunsystem, für die Haut, für die Atemwege nur Positives mit hinauszunehmen. Die Krönung ist eine Klangentspannung mit Klangschalen in dieser Salzgrotte. Der Schwimmbad wird genutzt von groß und klein, von alt und jung. Wir haben hier Wassertemperaturen zwischen 26 und 32 Grad in unserem Therapiebecken. Optimal geeignet für Rheuma-Patienten zum Beispiel. Wir nutzen es als Therapiebecken im Rahmen unserer Kuranwendungen. Wir haben eine Meerwasser-Inhalation, die auch sehr wirksam ist für alles an Atemwegserkrankungen. Viele Kurgäste hier im Ort nutzen das nicht nur über ärztliche Verordnungen, nutzen das auch aus eigener Tasche, weil sie über die Wirkung sehr gut Bescheid wissen. Unser Floatarium ist im Prinzip eine große Badewanne, wir nennen sie liebevoll Kuschelmuschel. Auch diese wird gefüllt mit sohlehaltigem Wasser, daher der Name Floatarium, englisch Floaten. Sie haben die Möglichkeit in einer Art Tiefenentspannung mit Unterwasserbeschallung in einen Zustand von Entspannung zu verfallen, den Sie so sonst nirgendwo erreichen. Sie haben keinerlei äußere Geräusche, äußere Reize komplett ausgeschaltet, Entspannung pur. Sie haben die Möglichkeit hier im Rahmen Krankenkassen unterstützter Kurse sehr, sehr viel für sich und Ihren Körper zu tun in allen Regionen oder einfach nur Spaß haben, sich mit netten Leuten zu treffen und Ihren Urlaub oder für die Einheimischen einfach einen tollen Tag hier abzuholen.